So, hi Leute, willkommen zurück zu Dust Elysian Tale Und ich habe mich heute entschieden, ich werde heute nochmal hier die eine Nebenquest zu Ende bringen Also ich habe den Spielstand, da bin ich jetzt noch ein bisschen weiter Aber das wollte ich euch natürlich nicht entgehen lassen hier Und ja, gehen wir mal hier hoch, weil jetzt können wir ja zum Glück klettern Und es ist hier das, von wegen dieses Paar, das sich liebt, das wir hier zusammenführen sollen Warum habe ich das eigentlich sonst nicht so gemacht, was mit dem rüberflaschen da Ich weiß es nicht Okay, so, was haben wir hier oben drin, da hatte ich Einen Abgang, da wollen wir nicht runter So, und hier rein Einmal noch nach oben klettern Achso, ja, stimmt, so war das Ja, ich bin skillig, wie immer Mensch So, geht doch Mensch So Und nach oben hier, zack, so Herzlich willkommen, sie haben es geschafft, bis nach oben zu kommen So, und hier Ist anscheinend noch irgendwo was versteckt oder so Achso, das wird hier hin, das sein Haben wir sie Seine Freundin Who are you? Are you Sarahi? Don't worry, I'm a friend Please, just stay back Sarahi Moska? Moska? Moska, ist das du? Ja, Sarahi, das ist mir Oh, Moska Denim war zerstört, everyone was killed, I, I was so scared You don't have to worry anymore, Sarahi My friend Dust here, she stopped that menace in Denim Those monsters destroyed my home, Moska, I, I don't know what to do We'll go back to Aurora, okay You and me We'll figure something out Will you two be all right? I think so, Dust Thank you For everything Kein Problem, Bro Ein einziger Survivor in der ganzen Stadt Einer ist besser als niemand Komm, wir sind hier raus So, hi Leute, da sind wir wieder Und wie ihr seht Hier habe ich nochmal ein paar Level zugelegt Und ein paar mehr HP Denn ich habe nochmal eben, wie gesagt, aufs Screen ein bisschen gelevelt So, schauen wir mal, ich rede mal hier ein bisschen mit den Leuten Vielleicht kriege ich noch irgendwo EP und ich habe noch ein paar Nebenquests zum abschließen Danke, Dust Ja, ja, ist okay Kein Problem, ich bin doch für euch alle da Ich rette hier den Tag Was sonst keiner mag Na, wie geht's dir? Kratzekopf Das hat er verdient, der Arsch So, moin Dust, ich habe dir so viel Ich kann nicht glauben, was Sarahi durchgebracht hat Without your help, well, I just don't want to think about it Is she going to be alright? Yeah, I'm taking care of her She's still pretty shaken She lost a lot of friends Hey, um, I know this might sound a little weird But could I get your autograph? Wait, what? Well, it's just, after everything you've done for us For this village, for everyone, really I'd really like something to remember a true hero by I honestly don't feel like too much of a hero Oh, come on Don't be such a downer Hey, I'll sign it, too Every hero needs a sidekick Yes, usually for comic relief Hey! Oh, darn it I don't have any paper on me Could you grab some from the shop? Here's some money I'd go get it myself But I'm a... Sort of... Blacklisted How was I supposed to know those displays would fall over so easily? Don't worry, I'll go get your paper for you Aha, er braucht ein paar paper Der erste Fan Ich hab Fans So, moin, Sarari Das, is it? I'm sorry about before I was so scared, I forgot to thank you Don't worry about it Are you going to be okay? Yes, I'm safe here with Mosca I just... I have a lot to think about Stay safe out there, okay? Mal gucken Ich glaub, das schaffe ich Das sollte... Oh! Thank you, Dust Ja, ja, bitte, bitte Kein Problem So, schauen wir mal Dann auf Richtung Laden Für Reed hatten wir Ihm hatten wir seine Kiste ja schon wieder gegeben Mit dem Fluch Das war Sehr schön Das war toll zum managen Alte Frau Die hat auch nix So, dann schauen wir mal Ob wir hier Papier kriegen Willkommen zurück Gib mir Papier Ähm, mein Vorrat Ich hab noch welches Ja, ja, ist okay So Das ist mein größter Fan Ach ja, vielleicht soll ich Auch nochmal kurz Zu meiner Ausrüstung kommen Ähm, ich hab hier Ein bisschen Also wahrscheinlich seit dem Letztes Mal Ein paar Doch bessere Sachen dabei Vor allem hier Sehr viel mehr Angriffskraft Und Sehr viel mehr Verteidigung Was ich durch ein paar Äh, hier, sag mal Zeitdungeons da Gekriegt hab Was für das? Food Oh Great Here's your payment If you're willing I could use your help again Those hides you provided Worked out great But I'd like to reinforce Their armor with materials From those hulken giants out there If you could bring Two giant rocks And two giant cores We'd be all set I'll pay you way more Than you'd get By selling it To the shopkeeper Here are those materials You asked for fail Great Here's your payment If you're willing Okay, da hatte ich noch was auf Vorrat. Das ist der Werbe. Da habe ich alles auf Vorrat. Sehr gut. Das ist der Werbe. Ich habe alles auf. Ich denke, das ist es. Ich habe alles, was ich brauche, danke dir. Das kann nicht schauen. Schleimig, nom 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 nom. Lecker Schleimig. 2000 Gold. Jetzt insgesamt, oder? Objekt entfernt. Das ist jetzt die Frage. 3000 Gold, okay. Es zählt jetzt jedes einzeln auf. Super. Nochmal 3000 Gold. Ich hätte auch zur anderen Seite rausgehen können. Moment, wo ist mein Fan? Ich habe komplett vergessen, meinem Fan sein Papier zu geben. Hallo, Fan. Es tut mir leid, ich habe dich total vergessen. Es kommt mir echt vor, als ob man sich so schneller bewegt. So, hier. Okay, Mosca. Das fühlt sich ein bisschen anders, aber hier geht's. Was ist denn schon? Du bist Mascar- Mein größer Fan? All right, hier geht's. Ihr Freund kann es, too. Aha! Hier geht's. Was ist das? A pawprint? Was? Das ist wie wir signen. Was? Das ist halt hier. Fidget. Well, uh, great. This is great. You two are just, just swell. Good luck out there. And thanks again for saving Soraki. I'll never forget it. Ja, da bin ich schon nicht so, jung. Der erste Fan. Ich hab'n Fanclub, ich bin so glücklich. Es gab 4.000 Gold. So, jetzt können wir aber gehen. Oh, zwei Geburtstagsrunden. 250. Gesundheit-Regeln-Retter. Alles Gute. Ja, dankeschön. Jo, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, um mit der Hauptkastfahrt zu fahren. Nee, ich will noch was anderes sagen. Boah, Schmarrn. Was für ein scheiß Wort. So, ja. Und zwar, unser Freunde-Paradies, weil ich hab' ja auch in meiner Abwesenheit, also in meinem Training, ein paar Freunde gefunden. Mhm. Meat Boy kennen wir ja noch. Da ist Bandage Girl. Da oben haben wir die DJ-Enten. Und, äh, so'n Spelunky-Typ. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woraus der ist. Aber auf alle Fälle ist der irgendwo her. Ja. Und, äh, ja, damit haben wir schon mal ein paar Freunde, zumindest. Ja. Die Enten machen hier die Heavy-Metal-Musik. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich eher so Techno-Zeug. Ähm, nee, du, das habe ich in der, unten in der, in der, in der, in der, in der, na, in der Höhlege von den Zero-Mon-Höhlen. So, schauen wir mal, das haben wir alles durch soweit. Weil ich dachte, Bahnhof-Lichtung. Dann machen wir jetzt wirklich mal weiter, beide Sorgen-Riese. Auf geht's. Da kommen wir bestimmt noch mal irgendwann hinter, oder so. Behaupte ich jetzt mal. So, ich hab allgemein ein bisschen, vor allem den Schaden, den Schaden drin mit hier, soll man mal sagen, von Fidget auch noch mit, dass ich diese hässlichen Totenbeschwerer-Viecher ne Nummer schneller totkriege. Weil die waren ja wirklich absolut nervig. So. BAMS! So. BAMS! Autsch, wupsi! Man sollte immer aufpassen, wie man drauf sie drauf schlägt. Das ist immer so mein... Zack! Mein Problem. Oh, oh, ähm... Apropos Problem. Ich brenne hier runter und... Check's nicht mehr. Das ist mal wieder der Ballester. So. Hauen wir uns noch eins rein. Wui! Ich kann fliegen. Sterbt alle! BAMS! 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 Und hier nochmal ein bisschen... Upsi! Hallo! Gefährlich, gefährlich. Vor allem, wenn die platzen. Dann geht's hier besonders ab. So, da kriegen wir keine Heilung. Wie, an und runter durch. Und hier lang. Ach, hey! Ich kenne dich doch noch. Hat sich aber schon erledigt. Und freut mich, denn die Bekanntschaft gemacht zu haben. Ach, das war die Kiste. Die haben wir auch schon geplündert. Ja, ich glaube, ich glaube, hier müssen wir heute auch... Fast schon durch. Hier haben wir zumindest im ersten Stück. Bis wir mal wieder ein paar Totenbeschwerer finden. Denn die sind einfach... Wahnsinn. Und zwar nicht gut Wahnsinn, sondern schlecht Wahnsinn. So. Oh, Level Up. Sehr schön, dann können wir gleich nochmal ein bisschen... Sperrstaub. Macht mich schlechter. Das haben wir ausgerüstet, glaube ich, oder? Bies. Na egal, ähm... Ja, immer schön ist es, da nochmal mehr Schaden zu... Hätte wäre es da nochmal Schaden zu... Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen auf... Auf... Auf was denn? Auf HP. So. Mehr HP sind auch immer schon. Ich bin Gold. Ich brenne schon wieder. Ich brauche Wasser. Entschuldigung, hat jemand Wasser gesehen? Ich brenne. So. Und hier nochmal ein bisschen Feuer eröffnen. Okay. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. So, einmal wieder raus. Und das Stück hier kennen wir... Kennen wir ja. Ah, Mist. Okay, aber ich habe vorhin gerade noch eine neue Sprungart gelernt. Ja, da müsste ich nur die richtigen Tasten drücken dafür. Ich will hier hoch. Lass mich hoch. Hm. Das klappt ja super. So. Geht doch. Autsch. Nein. Nein. Der Ballast fällt. Wie immer. Ich versuch's jetzt noch einmal. Okay. Okay. Häpp. Okay. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Ist egal. Ist egal. Ich darf nur nicht runterfallen. Komm mal her. Items. So. Geht doch. Hui. Hup. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Mond ihr hier? Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Einmal die auseinandernehmen. Ich muss es noch mal weiter hoch. Wie fühlt denn das hier hin eigentlich? Ich bin mir da so ein bisschen sauer. Ach, hey. Einer von der Sorte. So. Dann halt so. So, wenn das nicht geht. So. Ja. Und dann kann man runterklicken. Das ist schön. So. Huch. Die Rose. Immer, wenn ich es schaffe, den Friedhof auf der Sorgenwiese zu besuchen, kniee ich an ihrem rosenübersähten Grab nieder. Eines Tages wird meine Hingabe erkannt werden. An ihrem Grab. Das ist ein Tipp wahrscheinlich für irgendein Secret. Oh. Oder zumindest irgendwelche zusätzlichen Sachen. Und zwar an irgendeinem Grab niederknien. Zu dem ich jetzt vielleicht hinkomme. Okay. Die demontieren. Dann ist keiner mehr. Und. So. Das ist nicht schön da unten. Da mache ich mich schon wieder Sorgen. Da ist unten die Kacke am Dampfen. Nein. Das meinte ich. Da war alles Skilled mal wieder rum hier. Oh. 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 Ich mache mir nie Sorgen. So. Aber. Ich würde sagen. Bevor wir hier weitermachen. Würde ich sagen. War es das für heute. Erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschaui. Tschaui. Wahnsinn. Ciao.